Tagtäglich kommt der Körper mit Keimen wie Bakterien und Viren in Kontakt. Dank unseres Immunsystems merken wir davon meist gar nichts. Die körpereigene Abwehr registriert eindringende Keime und bekämpft sie. Ein geschwächtes Immunsystem ist dieser Aufgabe jedoch nicht gewachsen. Mögliche Ursachen sind Umweltschadstoffe, bestimmte Medikamente oder der natürliche Alterungsprozess. Derlei Faktoren lassen sich kaum umgehen, andere schädliche Einflüsse dagegen schon. Mit diesen Tipps kann man die eigenen Abwehrkräfte stärken und so Erkältungen und Infektionen vorbeugen. 1. Auf eine ausgewogene Ernährung achten Fehlen bestimmte Nährstoffe dauerhaft in der Nahrung, steigt das Risiko für einen Infekt. Das gilt vor allem dann, wenn der Körper außergewöhnlich starken Belastungen ausgesetzt ist. Wer seine Abwehrkräfte stärken und einem Mangel vorbeugen will, sollte daher möglichst vielseitig essen. 2. Ausreichend Obst und Gemüse essen Die DGE empfiehlt, täglich mindestens zwei Portionen Obst und drei Portionen Gemüse zu verzehren. Denn beide Lebensmittelgruppen liefern große Mengen Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe, die die Abwehrkräfte unterstützen. Dazu zählen etwa Vitamin A, B1, C, E und K. Besonders reich an diesen Vitaminen sind zum Beispiel Beeren, Kohlgemüse und Zitrusfrüchte. 3. Regelmäßig Sport treiben Körperliche Aktivität fördert nicht nur die natürlichen Abwehrkräfte, auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Schlaganfall oder Herzinfarkt wird deutlich reduziert. 4. Stresslevel reduzieren Kurzfristig kann Stress die Immunabwehr aktivieren. Zu viele Stressoren im Alltag können das Immunsystem auf lange Sicht jedoch schwächen, da vermehrt Stresshormone ausgeschüttet werden. Stress lässt sich zwar oft nicht vermeiden, unser Umgang damit allerdings schon.